Hallo, weiter geht's. Was sind die immer noch? Ähm, Arcanrium. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Kingslime, Mensch. Aua. Wollen wieder alle Gegner, die wir schon hatten, oder was? Das ist interessant. Oh Gott, die Steuern, Leute. Das haben wir aber. Was haben wir hier drinnen? Ich liebe den Faerie-Stan. Ist das ihr? Oh, es geht nicht. Oh Gott. Wollen wir die Faerie-Stan? Das ist gut. Ah. Ah. Oh, ich mache jetzt auch nicht mehr. Scheider Pelzer Oh, Key Wahrscheinlich sind die Keys Hierfür oder Für die Bossräume dann wahrscheinlich, oder? Alter Alter, sind die behindert? Oh, alles mitnehmen Noch ein Key Nice Oh, Scheiße So Könnten wir Ex-Fail Gloss machen Schon wieder Machen wir das auch Da ist Gucken wir mal Ähm, was brauchen wir für die nächste Waffe? Vier Stück Vier Stück Kann man uns das dicke Schwert machen Aua Aua Was ist das? Die Medusa Oh nein Ähm Ja 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 Ah Oh Okay Okay Yeah Yeah Äh, auch neue mega schwere Bossfights, oder was? Was ist das? Was ist das? Oh 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 Ja 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 Der Scheiß Der Scheißen Knockbett hat mich da reingehauen, ey Ah Ärgerlich Komm wir gehen nochmal rein Ja Ja Klar Was zu sagen Nee Oh Nee Ich erziehe gegen den Ar Quad Ist Ja 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 Okay, nochmal. Eine Kiste drin, Lidl, Fairy Stone. Okay. Ja. Es ist so ein Schaum. Da ist es so ein Schaum. Da ist es so ein Schaum. Ich habe zwei Sinti Keys. aber die beam kann zum glück nix ganz entspannt so können wir uns das jetzt schon machen 1 fehlt mir auch gott look auf attack was möchte ich jetzt machen genau ich möchte mein neues schwert rezeptliste wache litte claymore habe ich aber auch Nein, du. Nein, nein, nein. Will ich wieder Belfer oder? Nein, nein, die oder? So sind die Keys da. Das ist der Boss. Oh, den Kiste, nice. Fertiglauf, nice. Jetzt kommt der Boss. Auch nicht. Ein Pilzmann ist hier. Noch ein Pilzmann, Mensch. Okay, können wir uns bessere Amor von euch machen? Das könnte man theoretisch machen. Machen wir das auch. Rezeptliste, Elite, Fairy Armor, yes. 41 Def hat das, nice. Jetzt kommt der Boss. Yes. Eigentlich ist sie ja ganz easy. Muss nur den Strahl ausweichen von der. Da darf man nicht drin stehen. Das macht Aua. Charge mal hier ran. Haut immer weiter drauf. Das muss man halt erstmal wissen halt, ne? Da brauche ich auch noch was für was die SP da unten sind. Das ist unser Money. Was ist das? Achso, Ads. Äh, Ads in der Jahr. Was ist das? Noch eine Phase oder was? Äh, gut. Wow. 10 AP Max. Elite Fairy Stone. Wow. Wow. Oh. Ne, ne, ne. Brauchen wir ja noch. Oder? Wie viel brauchen wir davon noch? Zwei. Ich muss ja theoretisch hier noch einmal reingehen. Oh, gut. Jetzt komme ich ja nicht noch mal raus. Nein. Egal. Wir müssen eh ein bisschen Farben leider. Ne, die Bosse machen können, ey. Oh, ist gut, dass wir alles von hätten. Nicht gut. Wir können nämlich die Krachen hier ausmachen. Auch nichts mehr. Aber wir können nämlich auch weiter in anderen Gebieten. Ah, mein Freund hier. Kingslimeyball. Immer noch 30 Schaden, egal wie viel Rüstung ich habe. Okay. Page of Critical Heads. Chapter 1 mal 3. Ja. Sinken bitte. Das ist immer einmal gut. Nice. Family Crystal. Jetzt bin ich jetzt Mittal. ік Th if er sie Jetzt wandert man die schon... naja... So schnell geht das. Loser wieder. Das geht nicht. 1, 2, 3 1, 2, 3 Bitte Fairystone, okay. Das darf man ja genug haben davon. Drei Stück. Brauche ich zu viel überhaupt? Nee. Nice, dann nimmt die auch noch beide da. Nee, das ist mir zu risky. Safe. Kann ich das jetzt schon machen? Nee. Nee. Wollen wir uns mal hier anschauen, ob wir die vielleicht schon finden. Ah. Wenn wir jetzt hier den Basten rein können. Zweifle es, ja. Das war viel zu einfach. Wenn wir jetzt rein können. Cool, ich bin Backtracking. Ihr wartet auch euch irgendwo. So. Ich glaube jetzt noch eins runter. Dann darf man schon da sein. Oder? Da. Ey, ey, hier muss das doch sein. Kann ich, oder? Komm, komm. Einmal. Oh, schön vor hier. Ich bin auf. Oh, schön. Danke. Du bist, du bist. Ich bin auf. Oh nein. Ich bin auf. Das kann man auch machen. Okay. So. Ne, ich habe einen Armour. Einmal das. Einmal das. So. Jetzt haben wir alles auf Elite. Jetzt können wir die hier fertig machen. Legendary Furry Stone. Nice. Da müssen wir jetzt theoretisch... Hm. Okay. Steht die hier auch schon wieder da? Das ist der nächste Torn! Da, 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 da! Egal. Kann man ein bisschen farmen hier wieder. Brauchen wir das ja alles wieder. Müssen wir uns wieder alles neu machen, Rüstungen und so weiter. Jetzt wollen wir wissen, wo wir die Legendary Dinger herbekommen. Wir müssen am besten gleich das erste in Rüstung, oder? Ah, hier ist ja der Pilz-Typik, glaub ich. Ne. Noch nicht. Kann ich mal hierher mal sein. Wird euch auch ein paar Kristalle droppen, so ist es nicht, Leute, ne? Oh, ja, 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 ja. da müsste jetzt hier noch euch wo die medusa kommen ist nicht alles doch nicht aber wir hier sind ja schon wir finden ein bisschen ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Da hat man hier wieder Gut, das müssen wir nicht nochmal machen Das ist gut Hier ist er Ach, Schadler Ach, Schadler Die macht ja gar nichts, ey Was soll das denn? Kann ich ja hier die ganze Zeit botten, oder? Krass Oh, Legendary Fairy Stone ist unser Wuhuuu Page of Attack Hier war nix Aber das waren ja glaube ich alle Bosse, oder? Ich denke ich schon Hier war ja die Homische Sequenz Hier war auch nix, jetzt haben wir auch schon wieder Hier Wir können unser Dinger hier irgendwann entlassen Oh, jetzt war fast der reingelaufen Yes Nice Nice Geil Möchte ich jetzt gerne zurück wieder Weitere haben wir einmal So, und jetzt schauen wir mal, was wir aber schon wieder machen können alles Sehe noch nicht King Fairy Armor könnte man machen Machen wir das 68 Nice Gut, dann nehmen wir hier weiter Wir dürfen jetzt ja gar keinen Schaden mehr machen, ne? Das ist gut Oh, aber ich sehe gerade Wir machen jetzt wieder einen Cut Und dann gehts gleich für euch weiter Tschüssi Bigelow To Edeln Toed Toed Toed